Guten Tag, Herr Siebert! Ja, au! Und nach dieser chilischarfen Riesen-Nummer geht's weiter mit tolle Sachen! Der einzigen Werbesendung im Kika! Und zwar mit einer ziemlich elektrischen Angelegenheit. Und das erklärt euch keiner besser als mein Kollege und Freund Briegel der Busch! Danke, Chili! Tja, ähm, es handelt sich hier um eine ganz tolle Sache, die man jeden Tag mehrmals anwenden kann und sogar sollte! Hier ist die elektrische Zahnbürste Mega-Blank Ultra-Weiß Blitz 2000 Rotation X Plus! Man kann im Grunde gleich loslegen, man muss sie nur an den Strom anstecken! So! Oh, Chili, Chili, sie war noch eingeschaltet! Ich halte sie aus! Oh, ja! Große! Oh, oh! Chili! Komm her! Lass du stehen! Du verstehst, bleib mich ab, ich hab dich so... Ach! Ach, du let's go stink! Ich hole sie zurück! Uiuh! Ich geh, ich geh! Ach, das ist aber eine ziemlich ausgiege! T-T-T-T-T-T-T-T-Tarmbrüster! Uah, ja! Kili, sie ist durch die, durch die Wand gebrochen! Ich hol sie zurück. Besorge du inzwischen einen Testkandidaten, der sie ausprobiert. Na gut, tja, naja. Also, liebe Zuschauer, wie immer entscheidet das los, wer diesmal unser Testkandidat ist und unsere tollen Sachen ausprobieren muss. Tja, unser Testkandidat heißt, Bernd, das Brot! Mist. Bernd, komm bitte nach vorne. Ist das okay, wenn ich hier erstmal stehen bleibe? Ähm, nein. Komm her, damit dich alle sehen können. Mist. Na, Bernd, freust du dich, dass wir dich aus so vielen Bewerbern gezogen haben? Nein. Naja, ich weiß auch gar nicht, wo Chili mit der Zahnbürste bleibt. Hoffentlich weit weg. Ich hab sie! Toll! Mist. Hilfe. So, und jetzt wird sich unser Testkandidat damit die Zähne putzen. Upsa! Lalalala. Ich bin verloren. Bernd, bitte schön. Tür, bitte, 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 bitte Wo ist sie rum? Sie ist aus dem Fenster gesprungen. Das ist gut. Sie kommt zu früh. Sie ist hinter uns her. Los, nichts wie weg. Lasst mich zurück. Sie will mich. Was sag ich da? Ah, da ist sie! Priegel, ich hab einen Plan. Nimm das Netz. Achtung! Also, wenn jemand von euch Zuschauern Interesse hat, diese Zarbürste zu erwerben, dann, äh, ja, dann oder lieber nicht. Wir behalten sie noch etwas in Beobachtung. Oder auch nicht. Bis bald! Hoffentlich nicht. Äh, tschüss! 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 Tschüss.